Ein ganz wichtiges Thema, was den Garten eigentlich das runde Jahr beschäftigt und auch gerade jetzt im Herbst nicht vernachlässigt werden sollte, ist die Gartendüngung. Also wir in unserem Betrieb, wir schwören auf organische Dünger, weil organische Dünger kann man wirklich das ganze runde Jahr aufbringen und eine Pflanze wächst natürlich nur in einem guten Boden, der gut mit Nährstoffen versorgt ist. Und das schwören wir tatsächlich. Wir haben hier von der Firma einen organischen Dünger, der ist einfach perfekt. Wir haben da wirklich das System, dass man da weniger als mehr. Es gibt einfach, wir haben drei Grunddünger, das ist ein Rasendünger, ein Bodenaktivator und ein Dünger, der heißt Animalin, der für alle Pflanzen funktioniert. Früher war ja der Trend, man kauft sich für jede Pflanze, für die Tomate einen Dünger, für die Aubergine einen Dünger, für den Buchs einen Dünger. Aber eigentlich haben die Pflanzen noch relativ ähnliche Ansprüche an Dünger und Boden, von daher empfehlen wir den Kunden unsere drei guten, wunderbar funktionierenden Grunddünger und die sind organisch und biologisch und funktionieren einfach perfekt, weil man kann auch nicht damit überdüngen und man hat einfach das ganze Jahr an der Pflanze und am Rasen Freude, weil das nicht mineralisch ist und einfach einen schnellen Effekt hat, der schnell verpufft. Von daher ganz wichtiges Thema auch im Herbst an die Düngung denken, weil im Frühling denkt jeder an das Thema Dünger, weil die Pflanze da wächst und los startet, aber auch im Herbst, wenn man die Pflanzen einsetzt, das Thema Dünger ganz wichtig und nicht zu vernachlässigen, um gesunde Pflanzen im Garten zu haben.